Aha, hi. Mit Mathilde geht es zu Ende. Damit seid gegrüßt zu die Gilde. Okay, also mit Mathilde geht es zu Ende. Spürt sie genauso, führt ihr sie nun zum letzten Gang zu ihrem Heimathaus, wo sie die wenigen verliebenden Stunden im Kreise ihrer Leben verbringen will. Und damit seid gegrüßt, in der Tat, zu der letzten Folge die Gilde. Tut mir leid, tut mir... Was bringt ihr hier? Oh, mich juckt es. Die kloppen sich schon wieder. Oh, meine Auge. Hör doch die Kappe an, die hasst mich. Dann bringt sie doch um. Also haben sie ihr Leben lassen. Ich könnte hingehen und sie abmuchsen. Ja. Meine Frau ist gerade... Es ist komisch, ich wollte eigentlich ganz anders anfangen. Mwam, 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 mwam. Und das Ding dreht sich allein. Die Kackschlüssel. Sieht mal, wie schön das Bett übrigens geworden ist. Habe ich alles noch so ignoriert. Da hinten die Betten. Mit... Nicht Gurglock nach oben. Ja, die letzte Folge. Ich habe es erwähnt, denn... Wie ich es erwähnt hatte. Die Gilde bringt für mich im Late, also im Endspiel, ihr seht, abgesehen vom Geruckel. Bei mir ruckelt es doch auf dem Monitor als da, glaube ich noch. Ähm. Es bringt mir einfach zu wenig. Die Gilde 1, klar, könnte man meinen, ist ja das Gleiche im Endeffekt. Oder, äh... Bringt ja das Gleiche. Ende. Du musst ja aufbauen, neuer Beruf, neuer... Also... Mwam, ihr wisst, wie ich es meine. Ein Familienmitglied ist gestorben. Mathilde King ist gestorben. Sie verbrachte 77 Jahre auf Gotteswundervolle Erde. Mathilde wird jetzt ins Familiengrab in ihrem Beigesetzt. Da kommt eine Meldung, sie hat die Arm verloren. Gucken wir, wo meiner ist hier. Im Gerichtssaal. Die Frau ist tot. Was ist? Was ist? Wo ist der Feind? Ja, unter der Erde. Und genau dahin geht das Spiel jetzt auch. Denn es bringt mir einfach nichts mehr. Ich kann jetzt nicht so direkt die Berufe switchen, so wie ich wollen würde. Ich kann jetzt, klar, Geld machen und so weiter. Das ist alles ein bisschen schwieriger geworden. Vorher war es wirklich nochmal leicht in die Gilde 1. Äh, wenn du gerade Dieb bist, dann hast du zwei Diebisgilden. Alter. GG. Game ist durch. Aber da kannst du auf jeden Fall die Burg nachkaufen und Dings. Jetzt bin ich am Ende. Ich habe mein Herrenhaus. Ich kann Produktion nochmal kurz gucken. So, das Herrenhaus. Ich meine, es gibt ja noch die Gilde at uns. Und da kann ich noch nicht versprechen. Meine Dynastie trauert. Ob ich nicht doch nochmal reingucke? Ich glaube tatsächlich sogar ja. Hm. Ich dachte eigentlich, wir machen noch so weit, bis meine auch aushaucht, das Leben hier. Aber damit ihr schon mal wisst, da kommt, von den At uns vielleicht, da muss ich mal ganz ehrlich gucken. Ich muss mal so ein bisschen die Lust wiederholen. Weil das war dann doch sehr schlauchig. Nur noch Sitzung, nur noch Sitzung, nur noch Sitzung, nur noch Sitzung. Eine Drohung, wie der euch, hat keinen Effekt mehr. Naja, Drohung am Arsch. Also es ist halt... Eine Drohung, wie der euch, hat keinen Effekt mehr. Spaß ist halt was anderes. Finde ich, muss ich sagen. Ähm. Ja, es ging halt ohne Scheiße. Ich hab's das selbst gemerkt. Es ging so schnell raus. Ansonsten erst so Bock und ja und hier und da und... Also früher war es wenigstens noch Stadtherr. Du konntest irgendwas bauen. Du konntest hier die Stadt ausbauen. Jetzt... Jetzt sieht es aus, als ob hier was gebaut wird, aber es wird nichts gebaut. Ach ja, ich hab mir verbannt, den einen. Oder die eine. Die Arbeiterkarte. Die konntest du früher kaufen, aufbauen und so weiter und... Das fehlt mir, bin ich ehrlich. Ich bin von den Guild 1 verwöhnt. Das ist hier scheiße umgesetzt, weil jetzt bin ich am Limit. Nein. Nicht hier drin. Deine Mutter versucht mich zu bestechen. Hab ich das jetzt angenommen? So, dann wollen wir mal gucken, wie wir bezitzen können in unserer letzten Tat. Weil ihr sinken würdet. Alles klar. Gut, gut. Alles klar, ich bin auch abgesetzt. Seht ihr das? Das ist... Können wir rausgehen? Denn ich bin ja mein Amt nun los. Staut ein Accessoire. Ist in Trauer versunken? So ein Zeichen. Jemand versucht euch zu bestechen. Geh kacken. Ich hab doch meinen Wunsch. Jemand versucht euch zu bestechen. Ich wollt eigentlich nur, dass er noch stirbt. Ihr wurdet angesprochen. Irgendwenn. Wir haben es wieder. Sitzung, Sitzung, Sitzung. Das Geld kommt passiv rein. Ja, ich könnt... Jemand versucht euch zu bestechen. Ich könnt mich jetzt noch... Ach, was redet ich drüber? Ist durch, ist aus. Ihr wurdet angesprochen. Jaja, deine Mutter. Warte eigentlich nur darauf, dass ich vielleicht auch noch das Zeitliche segne. Oh. Ich hab gar kein Amt mehr. Auf ein Amt. Bewerben. Ah, meiner. Meiner macht aber auch nicht mehr lang. Ich kann mich direkt darauf bewerben. Okay. Jetzt möchte ich bloß mal sehen, ob meiner noch stirbt oder nicht. Was passiert. Und wenn ich die übernehmen kann, dann haben wir das nämlich auch in den Zettel. Erledigt, aber... Die Umsatzsteuer wurde geändert. Eine Dynastie trauert. Oh, komm schon. Dann siehst du, wie viel los ist mittlerweile. Eine nach der anderen stirbt. Ich halt durch. Ich find das Wasser immer noch so geil. Die Flüsse sehen ja gar nicht mal so verkehrt aus. Es fließt sogar in die Richtung, wie es soll. Man weiß auch nicht. Manche fließen immer, immer von rechts nach links. Egal, wo oder wie. Alter, das ist gestockt und geruckelt hier, ey. Komm, wir gehen mal ins Wasser. Ah, es hängt sich, glaube ich, gerade auf. Doch, doch nicht. Eine Dynastie trauert. Eine Drohung wider euch hat keinen Effekt mehr. Alter. Als Maul. Ich sterbe. Es klingt so hart, aber... Ist das schon der schnellste Vorlauf? Ja. Komm, mal gucken, wie der stockt. Ich hab leider nichts an, um zu sehen, gerade ob man die Frame-Points... Also wie viel Bilder hier hoch... Alter Mann, ja. Alter Mann, Alter. Die Gesprächung wurde geändert. Ja, ja. Deine Mutter wurde geändert. So, komm, komm, komm. Freck. In der Zeit trinke ich eine Schlücke Wasser aus der günstigen Flasche. Hm. Nicht hingehen. Ach, die Wahl. Geh hin. Und du verreckst doch mal endlich. Geh doch mal auf die Kerze. Was machen die denn hier? Ach, die bestechen alle, wa? Okay, Kompliment. Komm her, komm her, Bäuschen. Ja. So. Ich stelle wieder für ihn. Ich bring euch in die Hölle. Ich bring euch um. So, komm. Nu steh. Steh. Ich meine, die Musik ist ja... Ach, ist ja immer noch. Dass es so an sich ist, das ist so schade, dass das Spiel so ist. Das ist echt, wo ich sage... Mann. Aber... Machst du nix. Wir hoffen auf die Gilde 3. Und ich bin da starb, wie lange meiner jetzt hier noch durchhält auf der letzten Medien. Ach, der Tag ist rum. Oder? Ach, ja. So, komm. Musik ist ja echt weiterhin so schön. Ach, auch ein Patrizio-Haus. Ach, ich hab das Herrenhaus, ja. Ach so, ja, ich hab ja... Ich müsste mal sehen, ob man auf den Kevin umspringt. Was macht der überhaupt? Und nun? Der Tod eines Angestellten ist nahe. Tja. Ich überlebe die Angestellten. Schöne Musik. Als ob die wüssten, dass es dem Tod nahe geht. Oh mein Gott. Meine Dynastie trauert. Meine eigene. Weil, ist doch Quatsch. Aber ich frage, ob ich ihn übernehme. Ich glaube, meinen jetzt hier hinschicken. Wenn es weibt sich Regen ans Werk. Eine Dynastie trauert. Wenn es weiter nichts ist. Ach. So, komm jetzt. Geh mal nach Hause, Kevin. Wenn es weiter nichts ist. Agier-Gild. Ich geh mal reingucken. Dem Gasthaus ja sehr ähnlich. Copy-Paste. Oh ja. Ich hab aber Angst, wenn das zwischendurch hier hängen bleibt. Ganz kurz immer. So nun. Alter. Was könnte man sonst, ähm... Ein Gebäude wird angegriffen. Oh, schon haben sie ihn umgehauen. Das war's. Gebäude erweitern. Feuerschläge. So. Und er überlebt. Für die Familie. Loll. Ich werd angegriffen. Loll. Alter, von der ganzen Bande hier. Von meinen Feinden. Nee. Ja, äh. Drei Mal. Sterb ich da jetzt im Liegen? Da ist ja nun wirklich kein ehrenvoller Abgang. Amt verloren. Frau verloren. Ein Gebäude wird angegriffen. Ich bin gegriffen. Alter, was machen die? Wieso verwichsen die mich? Haben die solche Arten Probleme? Einigkeit. Ach, da unten ist auch was los. Dann kann er sich hier mal schlafen legen. Und er lebt. Alter. Der wird ja auch... Oder früher wär das... Eine Dynastie ist ausgestorben. Untertrieben. Nun? Wir bleiben in der Dynastie nach. Eine ganze Dynastie ist ausgestorben. So, er soll aber mal schlafen. Ich guck mal, ob er noch ein paar Punkte hat. Ich? Letztlich? Achso, schade. Mein Familienmitglied ist gestorben. 93 Jahre alt. 93? Zu damaligem Zeitalter. Neben geht es zu Ende. Später genau. Stufenaufstieg. Tod. Ein toter Stufenaufstieg. Das war... Entschuldigung, da ist mir das nochmal abgeklitten, das Spiel. Ich wollte mich jetzt mal richtig verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Es war kurz. Wir schauen mal, ob noch ein paar Add-Ons und so weiter, ob das geht. Ob wir da gucken, ob wir das machen und so weiter. Nochmals erwähnt. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Bis dann.